Musik Eigenverantwortung beginnt mit einem gesunden Körper. Das beweist WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk gemeinsam mit seinem Team immer wieder aufs Neue. Im Rahmen der Kampagne Wirtschaft bewegt ist es beim Leobner Lauf-Event bewegt an den Start gegangen. Was Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt, bringt auch etwas in Bewegung. Davon ist man überzeugt. Als Unternehmer kann man etwas bewegen, wenn man Visionen hat und Visionen auch umsetzt und somit seine Vorstellung von unternehmerischer Leistung in die Realität umsetzt. Durch Innovationen und Offensein für neue Dinge. Indem wir immer für Neues aufgeschlossen sind und andere Leute auch motivieren, in Bewegung zu bleiben. Und hier ist es einfach wichtig, dass man sich selbst bewegt, so wie der heutige Lauf es zeigt. Bewegen Sie sich einmal selbst, dann können Sie auch selbst etwas bewegen. Musik 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 Einsatzbereitschaft Einsatzbereitschaft ist für mich eigentlich eine der wichtigsten Tugenden, die man im Leben haben muss. Ich glaube, wie sagt man, Einsatzbereitschaft, das sieht man an unserem Präsidenten Herrg, der eigentlich unermüdlich durch die Steiermark unterwegs ist. Musik Einsatzbereitschaft, für die Menschen da sein und meinen Kunden alles bieten, soweit es geht. Es geht auch um de facto Begeisterung und wir wollten so quasi Wirtschaft bewegt, ein Format gründen, wo jeder mitmachen kann, egal in welcher Fit ist und in welcher Form er sich befindet. Und das große Motto ist Eigenverantwortung, einfach anzupacken, umzusetzen und zu tun. Mit so viel Einsatz kann es nur erfolgreich für die steirische Wirtschaft weitergehen. Musik 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 Musik